So, herzlich willkommen auf der Grind Tech 2022 aus Augsburg und herzlich willkommen hier im Livestream und der Grind Tech Tour. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin jetzt hier mitten in Halle 7 und ich freue mich jetzt sehr, dass ich hier auch bei quasi einem der Pioniere bin, die von Anfang an dabei sind und mir jetzt viel erzählen können über Innovationen, was ich getan habe und vor allen Dingen, was Sie in diesem Jahr hier präsentieren. Das ist Zoller und ich freue mich sehr, dass er jetzt Zeit hat und mit uns hier dieses Interview macht und die Führung über den Stand Bernd Schwenig, Technische Leitung und Vertrieb. Hallo Herr Schwenig. Hallo Frau Wenzel. Ja, sehr schön. Wir sind hier auf der Grind Tech. Sie sind in einem wunderschönen, sehr großen Stand mit smarter Technologie und Schleiftechnik vertreten, haben Innovationen am Start. Nehmen Sie uns ein bisschen mit, vor allen Dingen die Kamera und das Publikum. Das heißt, wir zeigen jetzt Ihren Stand und was Sie hier dabei haben. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass wir die Gelegenheit haben, Ihnen jetzt, die hier nicht live anwesend sein können, dort ein paar Innovationen zu zeigen, was Zoller auch jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit aktuell wieder weiterentwickelt hat. Und was wir hier im Hintergrund sehen, ist im Grunde genommen die neue Geräteserie, der Universalmessgeräte. Universalmessgeräte begonnen von dem Standard Genius-Gerät, was wir schon seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt haben. Diese Geräteserie wurde komplett überarbeitet, ist komplett auf der mechanischen Seite auf den neuen Stand gebracht worden und hat den großen Vorteil, dass wir jetzt eine einheitliche Baureihe haben. Eine einheitliche Baureihe, angefangen vom Genius-Standard für Standard-Funktionalitäten, dann mit einem Thread-Check-Gerät, wo wir auch die Möglichkeit haben, für Gewindewerkzeuge speziell verzerrungsfrei messen zu können. Das heißt, der Optikträger schwenkt auf die Gewindesteigung ein, sodass die Werkzeuge komplett, auch Gewindewerkzeuge komplett vermessen werden können. Einschließlich auch solche Parameter wie Flankenhinterschliff und was sonst an Gewindewerkzeugen zu messen ist. Des Weiteren haben wir hier unser neues Titan-Messgerät, speziell hier ausgestattet, auch wenn die Kamera vielleicht gerade mal reinschwenken, mit einem Streifenlichtsensor, um zusätzlich zu den Standard-Parametern in der Außengeometrie, im Auflicht, wie Freiwinkel, Spanwinkel, die ganzen Parameter an der Stirngeometrie, auch solche Parameter wie die Steigkantenpräparation vollautomatisch zu vermessen. Und, wenn wir mal über die ganze Baureihe hinweg schauen, was auffällt, Wir haben hier eine einheitliche Bauform und diese Bauform wurde speziell designt, um diese Geräte auch in eine Automation zu integrieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, entweder bereits bei der Neuinvestition, bei der Beschaffung von so einem Messgerät, diese Messgeräte in eine Automation zu integrieren oder auch bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt. Die Messgeräte sind so vorbereitet, dass eine spätere zusätzliche Möglichkeit besteht, auch eine vollautomatische Zelle für die 100-Prozent-Kontrolle zu ermöglichen. Das heißt, für Sie der große Vorteil, Sie müssen sich nicht heute für ein komplettes System entscheiden, sondern Sie beschaffen heute das Messgerät, das Sie benötigen. Und wenn Sie den Bedarf haben, beispielsweise in zwei Jahren eine komplette Automation für eine 100-Prozent-Kontrolle zu ergänzen, können Sie dies jederzeit zusätzlich tun, ohne dass jetzt ein neues Messgerät braucht, sondern auf der bestehenden Gerätebaureihe. Sehr clevere, smarte, nachhaltige Serie auf jeden Fall. Die Genius, die Sie hier auch direkt präsentieren, wenn man auf den Stand zukommt. Wir haben hier einfach ein universelles Messgerät, das mittlerweile in der Grundform schon seit zwei Jahrzehnten am Markt ist. Komplett überarbeitet hat man natürlich auch zusätzliche Wünsche von Kunden, auch von unseren eigenen Servicetechnikern mit einfließen lassen, sodass wir jetzt wirklich das beste Genius aller Zeiten am Markt haben. Sie merken, der Kameramann ist hier ziemlich in Action. Das heißt, der Stand ist noch viel größer. Und Herr Schwenning, vielleicht gehen wir ein paar Schritte mal quasi hier Richtung Norden. Ja, was wir als nächstes zeigen möchten, ist das neue MiFocus-Messgerät, wo wir gerade beim MiFocus-Messgerät jetzt die Möglichkeit haben, nicht nur die Schneidkennenpräparation zu vermessen, sondern zusätzlich auch Oberflächenparameter. Genau, und da haben Sie ja auch noch einen Kollegen, Sebastian Riesner, Produktmanagement-Messtechnik, stößt jetzt zu uns. Und ich würde mal ihn übergeben an der Stelle, aber Sie bleiben bei uns, ne? Ich bleibe bei Ihnen und kompetiere vielleicht noch ein bisschen was mit. So, also wir erweitern unsere Runde hier um Sebastian Riesner und Sie führen uns jetzt hier in die nächste Einheit ein. Was ist das genau und was möchten Sie quasi den Zuschauern hier mal vorstellen und zeigen an der Innovation auch? Was Sie hier sehen, ist das MiFocus. Mit diesem MiFocus können wir heute die Rauheit und die SKP-Schneidkantenverrundung vermessen an Werkzeugen wie Bohrer, Fräser und der Stirn. Einmal in ein konfokales Messsystem, haben wir einen Arbeitsabstand von 30 mm. Somit können wir auch bei dieser Rauheitsmessung in diesen Nutenkern halt gut eintauchen und dort messen. Was hier die Besonderheit ist, wir haben alles in einer Software. Wir können in jedem Modul von der Schneidkantenverrundung wie in die Rauheit ganz einfach und schnell wechseln. Was hier der große Vorteil ist, wir haben eine berührungslose Oberflächenvermessung, bedeutet also keine taktile Vermessung. Und ich bin einfach schnell über drei Klicks durch. Die ganze Automatisierung, Digitalisierung, Vereinfachung ist auch ein großer Trend, der auch wirklich spürbar ist in der ganzen Maschinenbranche. Korrekt. Und was einfach wichtig ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, die Oberflächenqualität in unterschiedlichen Arten auszuwerten. Traditionell kennt man das eigentlich, die profilbasierte Oberflächenauswertung aus der Vergangenheit, das heißt mit RA, RZ und diesen ganzen Parametern. Was aber nur im Prinzip die Auswertung auf einer Linie ergibt. Wir haben heute aufgrund von Kundenanforderungen bzw. auch Kundenergebnissen festgestellt, dass durch die flächenbasierte Auswertung der Oberfläche, das heißt nicht nur auf einer Linie, sondern einfach komplett flächig auszuwerten, bei identischem RA, bei identischem RZ-Wert doch unterschiedliche Flächenparameter sich ergeben. Und dadurch einfach die Qualität der Werkzeuge, das heißt was Spannfluss anbetrifft, was den Abtransport von Spänen anbetrifft, sich doch signifikante Unterschiede ergeben und wie schnell und einfach diese Messung ausgeführt werden kann. Das heißt, es ist kein hochkomplexes System, sondern es ist wirklich ein werkstattgerechtes System, wo für jeden Werker sehr schnell und einfach auch anwendbar ist. Und wie schnell und einfach das geht, wird uns der Herr Riesner jetzt live zeigen. Also, jetzt gehen wir hier live. Das heißt, die Kamera nehmen wir noch ein bisschen näher an uns ran. Sie zeigen uns jetzt was. Ich zeige Ihnen hier jetzt, wie wir profilbasiert die Rauheit auswerten. Wir haben jetzt hier einmal ein 3D-Modell generiert von unserer Oberfläche im Spanraum. Wir gehen über eine Vorlage. Hier haben wir gewisse Vorlagen, in welchem RZ-Bereich wir uns befinden. Wir wählen hier unsere Cryntec 2022 an, gehen auf Komplettauswertung und es wird Schritt für Schritt ausgewertet, bearbeitet und erhalte im Anschluss in den Ergebnissen ein topografisches Höhendiagramm, so wie meine Messstrecke mit meinen einzelnen Rauheitskennungen oder auch meine Materialanteilskurve. Das waren nicht viele Klicks. Ich habe mitgezählt. Vier an der Zahl und schon hat man die perfekte Auswertung und die Ergebnisse. Korrekt, genau. Super, also smart und eine Menge Sensoren und Technologie, die sowas möglich machen, Programmierung. Und es scheint mir wirklich ein tolles Tool zu sein. Ganz vielen herzlichen Dank, Herr Riesner. Dankeschön, auch. Wow, weiter geht's auf dem Stand. Ja, das war jetzt... Wir bleiben noch mal. Wir bleiben noch hier, okay. Ich gucke mich hier nur so um, ist noch so viel zu entdecken. Ja, es sind natürlich viele Dinge, die bekannt sind, aber ich möchte einfach noch mal auf die flächenbasierte Auswertung kommen. Dass wir uns das vielleicht auch noch mal kurz anschauen, weil das ist wirklich das absolute Highlight. Das, was wir zu eben gesehen haben, die profilbasierte Auswertung, ist das, was eigentlich der Fachmann aus Jahrzehnten her kennt. Und der große Vorteil ist einfach, dass wir hier die ganzen Messen optisch ausführen, nicht taktil wie in der Vergangenheit. Das heißt, wenn ich sensitive Oberflächen habe, befindliche Oberflächen habe, dann besteht hier keinerlei Gefahr, dass ich diese Oberfläche beschädige. Und das ist ein absolutes Novum. Und ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem Interessenten, der heute bereits ein taktiles Wettbewerbsprodukt einsetzt. Und er hat mir auch wieder berichtet, wie häufig er wirklich dieses Problem hat, dass auch kleinste Spuren sich dann insbesondere beim PKT oder beim CBN-Werkzeug zeigen. Und was dann natürlich auch eine Gefahr darstellt, dass so ein Werkzeug dann gegebenenfalls auch genau an dieser Stelle dann brechen kann, kaputt gehen kann. Und diese Gefahr, die besteht einfach nicht, wenn ich es komplett optisch messe. Das heißt, da war auch konkret eine Anwender-Nutzen-Frage und Sie haben quasi auch eine Lösung geschaffen, die ganz einfach anwendbar ist. Korrekt, korrekt. Aber schauen wir uns doch gerade nochmal die flächenbasierte Auswertung an, wie dann so eine komplette Oberfläche, so eine Topografie von der Oberfläche, gerade von so einem Spannraum im Detail aussieht. Also gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Wir haben jetzt hier die flächenbasierte Rauheitsmessung. Wir wählen auch diese an. Kommen auch wieder unsere Kenngrößen von der ISO. Gehen auf die Komplettauswertung. Es wird Step nach Step abgearbeitet. Und wir erhalten anschließend auch wieder unser topografisches Bild von der kompletten Fläche. Weil anhand dieser Fläche wird jetzt die Rauheit ausgewertet. Wir haben einmal ein Histogramm, einmal diesen, den tragenden Bereich oder auch diese Volumenanalyse. Und daraus kriege ich auch wieder diese flächenbasierten, werden diese flächenbasierten Parameter halt ausgegeben. Und das sind jetzt genau diese ganzen Werte, die hier flächenbasiert ausgewertet werden. Zu dieser flächenbasierten Auswertung sind momentan auch noch gar nicht so 100 Prozent diese Normen vorhanden. Das sind Normen, die momentan erst im Entstehen sind. Das heißt, diese flächenbasierte Auswertung von Oberflächen ist im Grunde genommen momentan noch ein Stück Forschungsfeld, wo wir auch mit verschiedenen Universitäten zusammenarbeiten. Wir haben jetzt auch eine neue Doktorarbeit am PTV in Braunschweig. Das heißt, das gab es vorher noch gar nicht. Nein. Und keine Normen da sind, keine Werte, Vergleichswerte gab es nicht, ne? Es ist, diese ganzen Dinge sind momentan alle im Entstehen. Die Technologie, flächenbasiert auszuwerten, diese Notwendigkeit, die kommt mehr und mehr. Weil jeder weiß, dass die profilbasierte Auswertung einfach ihre Nachteile hat. Aber man kennt es natürlich seit Jahrzehnten. Und das ist so eine Thematik, flächenbasiert Oberflächen auszuwerten, wo in, ich möchte mal sagen, 80 oder 90 Prozent der Verantwortlichen noch gar nicht angekommen ist. Wo noch gar keiner weiß, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Ich nutze immer so ein schönes Wort, kein Mensch weiß, was er nicht weiß. Und genauso ist es natürlich auch mit der Oberflächenmessung, mit der flächenbasierten Oberflächenmessung. Und was einfach die ersten Ergebnisse, wobei erste Ergebnisse, wir arbeiten hier auch schon seit Jahren, das muss ein bisschen vorsichtig sein, ist tatsächlich so, dass hier Werte ermittelt werden, Dinge ermittelt werden, an die man vorher noch gar nicht gedacht hat. Also diese flächenbasierte Rauchheizvermessung wird meiner Meinung nach wirklich nochmal ein Innovationssprung, insbesondere bei der Entwicklung von neuen Werkzeugen sein. Also Werkzeuge brauchen das, welche Sektoren, Industrien, Branchen brauchen das auch noch am dringendsten? Überall, wo zerspannende Fertigung erforderlich ist. Aber das geht auch darüber hinaus. Klar, wir beschäftigen uns natürlich in erster Linie mit Werkzeugen, aber das Thema geht auch weiter in medizintechnische Produkte, das heißt, wenn es in Richtung Teilevermessung geht, an Kunststoffe, an Gummi, an Dichtungen. Es gibt eigentlich, wir haben jetzt nächste Woche beispielsweise einen Kunden bei uns im Haus, da geht es um, das ist ein großer österreichischer Schmuckhersteller, da geht es darum, Schmuckstücke zu vermessen. 3D-gedruckte Schmuckstücke, wo die Oberfläche ausgewertet werden muss. Und das ist einfach mit dieser konvokalen Messtechnik möglich, was wir, was einfach vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Und das ist ein neuer Sensor, der bei uns im Haus entwickelt wird und der uns da wirklich ganz neue Möglichkeiten schafft oder ermöglicht. Super, das klingt wirklich spannend und da sind Märkte da und Industrien, die das brauchen. Die es noch gar nicht wissen. Die es noch gar nicht wissen, wie Sie schon sagten, aber spätestens jetzt, wenn Sie es mitbekommen haben. Ansonsten ein ganz anderes Thema, aber sehr auch schön, wir treffen uns wieder physisch, wir sind wieder live hier im Frühjahr 2022 auf einer Messe. Wie wichtig ist sowas auch im Austausch mit Kunden und mit den Branchen, dass man auch wieder wirklich face-to-face letzten Endes solche Dinge erklären kann und in die Geschäftsanbahnung auch kommt. Also meine ganz persönliche Meinung, eine Live-Messe, eine Präsenzmesse ist durch nichts zu ersetzen. Ich rede gerne mit Kunden, ich rede gerne mit ihnen und es ist einfach eine Freude. Einem geht das Herz, auch wenn man einfach wieder live auf der Messe sein kann, mit den Kunden direkt interagieren, mit den Kunden sprechen. Klar, wir haben in den letzten zwei Jahren sehr viel gelernt, was digitale Medien anbetrifft, mit Online-Präsentationen, aber ja, Menschen leben von Begegnungen. Und was man live ansehen kann, manche Dinge muss man einfach wortwörtlich begreifen, in die Hand nehmen, anschauen. Absolut. Und dann ist eine Messe, es gibt keine bessere Möglichkeit. Super, Herr Schwenning, ganz vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier mitgenommen haben, hier zu Zoller. Erfolg ist messbar, also hier ist es wirklich spannend, das alles zu sehen und zu betrachten. Wir hofften, Sie hier auf der GrindTech-Tour ein bisschen mitgenommen zu haben in die Welt von Zoller, in Ausstellungen und Innovationen und Dinge messbar zu machen, wo Sie noch gar nicht wissen vielleicht, dass es für Sie auch wichtig ist und relevant ist für Ihr nächstes Business. Also insofern, wir laden Sie ein hier auf die GrindTech und ansonsten Kontakt natürlich über die Webseite LinkedIn. www.zoller.info Kommen Sie auf uns zu, wir sind herzlich eingeladen zu uns in die Smart Factory, in unseren Showroom. Auch wenn Sie nicht persönlich kommen wollen, wir haben die Möglichkeit auch von Online-Präsentationen, wobei herzlich einladen an jeden Einzelnen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir sind gerne für Sie da. Vielen herzlichen Dank und wir sagen Tschüss von der GrindTech aus Halle 7. Tschüss.